Grüß euch, ich bin's wieder, der Baunsepp. Und ich sag euch was, ich möchtet auch gut rüchern. Darum mischen wir ein paar Feins jetzt selber. Und da kommen nur natürliche Sachen rein. Nicht das ganze chemische Klumpern, das du überall drin hast. Ein natürliches Hopfenaroma. Da wird brennender Zwitschgen zur Konservierung. Und zum Schluss noch ein paar Rosenblauen für einen guten Gru. Da bist du am Bauernbundball, die Nummer 1. Du bist ganz vorn dabei bei den Weiberleut. Aber ich sag euch was, ich trag das an Tövere, auch wo ich bei der Arbeit bin. Du sollst das nicht bleiben, aber seit ich das nehm, bin ich am Feld noch nie von einem Tiger angefallen worden. Guter Stuf. So schaut's aus. So. 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 Vielen Dank.